Hallo lieber Days Gone Soccer, in diesem Video wollte ich dich einmal auf den neuesten Stand bringen, was die neue Herausforderung angeht, die Herausforderungswoche 5. Wie du hier siehst, das Ganze startet am Freitag, den 26. Juli, wieder zur gewohnten Zeit um 18 Uhr. Da wird die Herausforderung dann verfügbar sein, jetzt hier kommenden Freitag. Hier siehst du einmal, worum es geht. Ich lese den Text einmal vor. Nimm die Farewell Wildnis erneut in Angriff mit einer brandneuen Herausforderung für Days Gone. Wieder in Sicherheit stellst du dich erneut einer vertrauten Horde. Nutze all deine Waffen und Hilfsmittel, um dich ihrer ein für alle Mal zu entledigen. Wirst du überleben. Ja, also wie man den Text schon entnehmen kann, aus meiner Sicht wird es sich hier nicht um eine Endloshorde handeln, wie in der ersten Herausforderung, wie um Singled. Ich denke, das Ganze wird hier ein bisschen anders aufgebaut sein. Man scheint hier laut dem Text auf jeden Fall die Horde komplett besiegen zu können. Ich denke trotz alledem, dass die Horde hier sehr, sehr groß sein wird. Viel, viel größer als hier die klassischen Horden natürlich in dem normalen Spiel. Wird mit Sicherheit ja ein richtiger Fight. Die Ringe werden hier gegebenenfalls wieder eine Rolle spielen, ja, wo man hier seine Fähigkeiten ein bisschen anpassen kann, beziehungsweise ein bisschen eher auf die Herausforderung ausrichten kann. Ich denke, das Ganze wird hier nicht unwichtig sein, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Bisher waren die Herausforderungen alles andere als einfach. Mal gucken, was hier die zweite Herausforderung oder die zweite Hordenherausforderung so kann. Ich freue mich schon hier auf das Event. Würde mich natürlich wieder riesig freuen, den einen oder anderen hier von euch begrüßen zu dürfen. Ja, das war hier in den letzten Herausforderungen richtig geil. Wir haben uns immer ausgetauscht in den Kommentaren und so weiter und so fort. Würde mich freuen, wenn das diesmal natürlich auch wieder so wäre. Falls du hier Neueinsteiger bist, ich habe die ersten vier Herausforderungen hier schon auf Gold. Ja, schau mal ansonsten in der Playlist vorbei. Vielleicht ist das ein oder andere Video oder der ein oder andere nützliche Tipp vielleicht für dich dabei, falls du mit den ersten vier Herausforderungen hier Probleme hattest. Ein Drittel haben wir jetzt hier schon geschafft. Wie gesagt, ich bin gespannt auf den 26. Juli, wenn es hier weitergeht. In diesem Sinne, abonniere meinen Kanal für weitere Videos. Wir sehen uns spätestens am Freitag. Mach's gut, bis bald und tschüss.